Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute sprechen wir über die neuesten Entwicklungen in der Welt der Wollnüs. Kalanta Wollny hat mal wieder für Aufsehen gesorgt, indem sie einen privaten Chatverlauf mit ihrer Mutter Silvia geteilt hat. Was war da los? Anscheinend hat Kalanta darum gebeten, ihre geliebte Tochter Kataleya zu sehen. Doch das Verhältnis zu ihrer Familie ist alles andere als einfach. Seit 2021 hat sie ihre Tochter nicht mehr gesehen, die mittlerweile bei Oma Silvia in der Türkei lebt. Kalanta hat auf Instagram schwere Vorwürfe gegen ihre Mutter und den Rest der Familie erhoben, bevor sie versuchte, die Familienangelegenheiten privat zu klären. Doch anscheinend war das nicht von langer Dauer. In einem neuen Q&A auf Instagram hat Kalanta sogar einen Screenshot aus einem Chatverlauf geteilt. Ein Nutzer fragte sie, warum sie nicht dafür kämpfen würde, ihre Tochter zu sehen. Die Antwort von Kalanta war deutlich, ich muss dich anbetteln, damit ich die Kleine sehen kann oder auch nicht sehen kann, und du warst lange genug in Deutschland. Das sagt doch einiges über die Situation aus, oder? Es scheint, als ob Kalanta nicht nur um den Kontakt zu ihrer Tochter kämpfen muss, sondern auch um andere Dinge. Die Situation ist kompliziert, aber wir hoffen natürlich, dass sich alles zum Guten wendet und Kalanta ihre Tochter bald wieder sehen kann. Was denkt ihr über diese Entwicklung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Updates zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!